Wir sind Tauber. Um eine Stadt zu entwickeln, braucht es eine Vision und Sie als Bürger. Mein Name ist Dr. Matthias Blüm. Ich kandidiere hier in Tauber Bischofsheim für das Amt des Bürgermeisters. Seit 46 Jahren lebe und arbeite hier in Tauber Bischofsheim. Das ist meine Heimat. Für die Zeit nach der Medaillenschmiede braucht Tauber Bischofsheim eine neue Identität. Wo liegen unsere Stärken? Was zeichnet unsere wunderschöne Stadt aus? Für was stehe ich? Ich stehe für den Neuanfang der Innenstadtbelebung, der Wirtschaftsförderung, des Hallenbad Neubaus, der Flexibilität von Schulen und Kitas und für eine neue Bürgerkultur. Am 30. Juni ist Bürgermeisterwahl. Unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme für Dr. Matthias Blüm. Am 31. Juni ist Bürgermeisterwahl. Am 31. Juni ist Gebets verknütbar. Am 31. Juni ist Bürgermeisterwahl.